So, liebe Leute, wir waren ja hier stehen geblieben bei dem lustigen Greif am Spiel. Ach, hier gibt's ja... Ich trottel. Hab überlesen, dass es hier eine sogenannte Transfer Item to Incineroid gibt. Davon sollte ich mal Gebrauch machen. Ja, genau. Hau das Scheißteil weg. Wunderbar. Schön. So muss es sein. Hör auf rum zu weckern. Ach, der zeigt mir glaube ich etwas an, wenn ich was potenziell gefangen habe. Gut, dann Transfer Item to the Incinerator. Bitte. Was ist das? Auch nur eine dumme Anzeige, die Kai interessiert. Genauso wenig wie das Ding hier. So. Wunderbar. We gotta pick up the pace. We got more men down. Roblox in the chat, both in their own. Yo, yo. Ah. Am frühen Morgen, Kollege. Ach. Wunderschön. Was? Maintains... 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 Key... 4. 4. 5. 6. Woher soll ich wissen, welche Kombination der hat? Bin ich Jesus oder so? Steht das hier irgendwo? Steht das vielleicht hinter diesen Tonnen? Das muss doch irgendwo mal hier so ein Ding sein, wo man es öffnen kann. Möchte ich da vielleicht eine Zahl in dem Raum hier übersehen? Äh, weg von hier. Ich habe genug gesehen. Das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Verfluchte Hunde. Tja. Ich. Proceed with cargo removal. Ist doch. Die cargo ist doch removed. Oder was will der jetzt von mir? Gute Frage. Was möchte der gute Herr jetzt? Platform locked in raised position. Proceed with cargo removal. Habe ich doch getan. Lass mich runter. Hey. Hey. Warum tut sich hier nichts? Tja. Was soll man dazu sagen? Nicht schön. Nicht schön. Was heißt denn das? Das heißt doch. Ich soll mit der Entsorgung der Fracht weitermachen. Ja. Aber warum? Da ist doch gar keine Fracht mehr drauf. Was soll ich hier noch kaputt machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht das, was ich machen sollte anscheinend. Vielleicht ist das hier da ja die Cargo. Wie sie heißt. Wurden sonst so viele Tonnen rumstehen? Jetzt bewegt die sich nicht mehr. Scheiß Cargo. Ey krass da aus. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich das hier machen muss. Mensch, Kollege. Gut. Du willst jetzt also auf die harte Tour. Ja. Hat es was gebracht? Nö. Nur Brandflecken. Hallo. Hallo, Bado. Weg dich. Mal. Das ist mal wieder so einer der Tage, die man aus dem Kalender streicht. Was willst du denn? Proceed with Cargo Remover. Die Cargo ist removed. Boxsäcke. Ich sollte aufhören, hier rumzuspielen. Ey, die sehen aus wie übergroße Dosen. Hier, da kann man es aufmachen. Wer weiß, was da rauskommt. Ach. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich sehe mich irgendwo anders um. Ach, du stehst hier nicht umsonst. Was? Wiederholen Sie dies bitte nochmal, Scotty. Ich will doch hier nicht ballern. Wer sollte das denn wollen? Der stand ja nicht umsonst da, der Kollege. Also denke ich mal, dass es hier irgendwo einen Hinweis gibt, wo wir hin müssen. Jep. Na. Au. Ah. Deckung. Pisser. Pisser. Das fühlt sich wohl auf wie ein ganz toller Feuerwehrschmeißer. Ach. Genass. Hör mal bitte aufzuleuchten. Bitte? Gibt's hier unten vielleicht irgendwelche Zahlencodes? Vielleicht haben die Monster die ganzen Zahlencodes gegessen. Was ist das denn hier? Auf jeden Fall ist hier ein Dämon und noch so ein Knarren-Typi. Richtig. Das hört man nämlich an dem komischen Funkverkehr. Ich bin ein Dämon. Tanze. Hallo. Verdammt daneben. Echt ein Idiot. Ich reg mich auf. Du sahst bestimmt auch schon mal besser aus. Und auch so hart wie Stein. Der muss Muskeln gehabt haben. Dong. Dong. Lass mich raus. Die Wände kommen auf mich zu. Naja, fast. Ja, kommen mehr Monster auf mich zu. Zitrone. Was ist denn mit unserem Inventar? Wo kann ich das denn aufrufen? Das war doch hier. Ach nee, der ist schon benutzt worden. Das wäre schon. Es gibt auch nichts Schönes. Ist nicht, Kollege. Ach gut. Du warst bloß eine Abdeckung für den Fetten. Ich verstehe. So läuft der Hase. Ich will nicht gekocht werden. Tain Gun. Tain Gun. Warum? Warum kommt hier auf einmal so eine aufregende Mucke? Das gefällt mir gar nicht. Haha. Damit einen Schuss ins Gemächt abbekommen. Dat muss schön sein. Sells. Heißen die Dinger Sells? Ich habe keine Ahnung. Guck mal mal nach. Ich denke mal, wir sollten die Munition hier ein bisschen sparen. Dafür wird nichts zumindest. Ich prügele ich sogar um. Das solltest du mal sehen, Kollege. Gut, da sind alle Accesses open. Nein, wenn ich zurückgehe, dann kommen nur wieder Spinnen. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Ah, das habe ich gesucht. Ein Medipack. Aha. Lower Lift. Na ja, solange es keine Spinnen sind. Au. Pisser. Hallo, Pisser. Hallo, Pisser. Hallo, Pisser. Hallo, Pisser. Ah. Es ist... Off. Heavy water, Runoff. Pinky. Pinky! Pinky, aua. Biss dich! Wie. Ich mag es nicht, wenn man mir Aua tut Was war das denn gerade? So kann ich mich nicht auf das Spiel konzentrieren Fick dich So kann ich mich nicht auf das Spiel konzentrieren Wenn hier andauernd neue Monster ankommen Und ich muss schon wieder Schluss machen Wir sehen uns gleich wieder Bei Doom 3